Moin moin liebes Besuchdis, hier ist Tiny Chris Das hier ist Among the Sleep, die Alpha-Version Das Ganze ist ein Projekt auf Kickstarter Und wir gucken mal rein, die wurde vor kurzem freigegeben zum Download Via Estirb-Maus-to-Move, Space-to-Climb Steuerung, um zu kriechen und aufzustehen So, good night, precious I will sing you a song my mother sang to me when I was young So, good night, go down, go down to me Grazie So, good night, als we journalen So, fair,八,か OFF über Geburt So, of course, welcome, twenty now Go through, y'all da Boat You go, little hotel So, I'm not really Sikh and see you Ach du Scheiße Okay unser Bett wurde umgeworfen Das ist Scheiße Also wir können jetzt hier kriechen Und wir können aufstehen Wir sind nur ein zweijähriges Kind Das gerade erst gehen kann Und jetzt gucken wir mal Was hier abgeht Sind die gerade umgezogen Dahinter ist irgendwas Da komme ich nicht hoch Da bin ich zu klein dafür Aber dafür haben wir hier einen Hocker Wäre zumindest logisch Ja siehste Geht doch Help me sagt er Oh ne Oh ne da ist ein Schrank Ich hasse Schränke Wir müssen unsere Mutter finden Was ist da Was ist da Ich hab Angst alter Egal komm Wir sind ein mutiges Kind Ah da lecken wir die Eier Können wir den Ball mitnehmen Das ist so verdammt scary Hier kommen wir nicht rüber Hier kommen wir nicht rüber Wir müssen krabbeln Ah siehste Na ich krabbel mal lieber Hier läuft einfach so der Fernseher Alter mach keinen Scheiß Ich will noch weiterleben Nachdem ich das gespielt hab Kühlschrank Was haben wir denn hier Ich kann es nicht lesen Osticke Frokost Oh Gott hier gibt es so viele Orte zum verstecken Alter Ah hier werden wir wieder einen Stuhl brauchen Boah diese Geräusche Ich mach den Game Sound für euch extra laut Junge Ich glaube die kann man nicht mal öffnen oder Ne So können wir wahrscheinlich durch Ich geh mal weiter den Gang entlang Boah Das war nur die Heizung Musst mich verarschen Ich geh doch da nicht rein alter Ne Leck mich Ich hole jetzt erstmal einen Stuhl Ah bleib offen Ich hole jetzt einen Stuhl Und dann machen wir die andere Tour auf Oh nein Bitte Ach ich hasse es Das ist so böse Können wir vielleicht die Vasi hier Ich hole jetzt einen Stuhl Hilfe 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 Wir schmeißen einfach einen Würfel auf das Monster He 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 hallo He he hallo He he hallo He he hallo Geh zu alter Der Raum ist so scheiße dunkel Lass mich raten Lass mich raten Hier kommen wir sicher hoch Genau Wenn ich nicht nur springen könnte Ah Das kann ja nicht sein Ähm Alter Komm ich nochmal Die geht ja noch weiter raus Mein Gott So jetzt aber Wer hat hier bitte so eine Schublade Die bis zur Tür geht So Oh Mama oder Papa Irgendwer schläft da Hilf mir Das war so klar Was Nein Geh runter Geht die Scheiße jetzt los oder was Oh ne Ich höre irgendwie ein Summen Das kann nur unsere Mom sein Ach jetzt sind wir wieder hier Halte Alter Boah, wer ist denn ein ganz schön mutiges Baby? Boah, heilt er halt das Maul. Was ist das? Alter, das Baby kann bloß träumen. Sicher nur ein böser Traum. Was hier abgeht? Was ist das? Hä, komm lass mich durch. Was ist das? Eine riesige Röhre. Wer will ich da überhaupt rein? Was ist das für eine kranke Scheiße? Probiert die Alpha mal selbst aus. Die Atmosphäre ist einfach übelst geil. Ach, wir werfen einfach mal Teddy rein. Der macht die Tür schon auf, oder? Tatsächlich. Hi Teddy. Der ist aber überhaupt nicht gruselig. Okay, das war's ein Schand. Ja, das war mein Facebook. Das sieht einfach nur geil aus. Das war's. Das war's. Was ist das für heute? Ist richtig. Ganzt einfach nicht, wie es das Spiel ist. Wie wird das Spiel, wenn es zu können? Was ist denn, dass die Leute auf Kickstarter unterstützt haben, damit es möglich wird. Hier stehts auch, Back on Kickstarter. Das war die Alpha. Wenn die Vollversion da ist, wird's auf jeden Fall nochmal gespielt. Das ist ganz klar. Das war's erstmal von mir. Probiert es selber aus. Ist wirklich episch, ne? Haut rein. Amen.